Ich war früher Stürmer. Botic, Tor! 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 Fabian Botic! Botic, hechtet den da raus. Prinz Ossiowuso, der hat mir ein Tor eingemacht. Und Orozo! War so ein guter Kumpel von mir. Der ist jetzt gewechselt, der spielt jetzt nicht mehr in der dritten Leiter. Hat das Zweite gesucht von mir. Tieri Ori, das war so das, was ich haben musste unbedingt. Er war damals mein Vorbild. Im Fußball, dass ich trotzdem mich selbst bin, auch in meinem Spiel. Dass ich mich jetzt nicht für irgendjemanden so verstelle oder so. Ich spiele mein Spiel. Natürlich passt man sich auch an, klar. Aber dass man sich halt nicht seinen ganzen Spielstil komplett verändert, sag ich mal. Privat, dass ich nicht vergesse. In dem Sinne vergesse, was Leute für mich getan haben. Dass ich das dann auch zurückgeben kann in der Zukunft oder in der nahen Zukunft. Löwe, Lion King, King of the Jungle, absolut. Ohne zu überlegen. Schöne Tiere, dominante Tiere. Ich mag König der Löwe an sich, den Film. Mufasa, der Chef. Der Chef ist der Chef, weil er der Stärkste im Dschungel ist. Deswegen muss man auch Leistung zeigen, damit man Führungsspieler sein kann. Alle Spiele der dritten Liga live. Nur bei Magenta Sport.